So, da sind wir wieder zurück nach unserer Pause und weiter geht's. Runter hier. Mal sehen, was hier abgeht. Ah, schon wieder ein Dämon. Gerne. Bring ich um. Hab jetzt wieder Bock weiter zu schnetzeln. Schnitzel, schnetzel, schnatzel, schnack. Danke. Schon wieder ein Höllenritter. Erledigt. Danke. Und der auch. Der ist auch schon mal Geschichte. Ach, ihr Imps, ey. Was wollt ihr, hä? Ihr könnt gar nichts. Das ist ein Low-Gegner. Komm, weißt du was? Nein, ich kann die nicht so sehen. Fuck. Oh, fuck you, ey. Ich bin in Schwierigkeiten. Oh, scheiße. So, ja, das war's mit mir. Wunderbar. Ja, das war's wohl. Ey, ich hab mal gedrückt. Wie soll ist das eigentlich? Argent, die nur. Was hat das zu bedeuten? Ist das das letzte Level? Ja, dann krieg ich das heute fertig. Das wär wunderbar. Wenn euch das Replay mal fertig wäre, wäre super. So, noch mehr Gegner. Oh, ja, das da oben würde ich haben. Genau das. Zerfetzen. Auch Geschichte. Und der auch. Okay. Kopf abgerissen. Noch ein Genital weg. Ja, genau das. Schön. Ich mag diesen Berserker-Modus. Der ist cool. Macht echt fun. Den rausreißen. Senkt. Nochmal. Ach, schade. Hätte klappen können. Aber nee. Okay. Oh, diese blöde Hexe. Schnell hier hin Alter, hier hin Okay, mal hier wieder hoch Schnellluriken und Energie Weg Die Shangan So, den nehme ich mir vor Und jetzt das hier Alter Schnellluriken Ich muss ja nur im Nachhinein den Brunnen verschließen Okay Sehr schön Da ist eine Rostzung, die hole ich mir So, ist auch weg Tschüss Oh, das waren alle Trotzdem gucke ich mich hier mal ab und zu um Weiß ich hier was übersehen sollte Oh ne Schneller hin? Ne, mach ich nicht Wäre mir ein bisschen zu riskant gewesen Bin da runter? Nein Oh, beinah bin ich da runtergeflogen 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 Mach das nie wieder du scheiß Viech Krass Einfach nur heftig Brauchen wir es jetzt hier? Ja Oh Hat noch eins gefunden Boah Alter, das ist gut Töte ihn Wer ist eigentlich diese dämonische Stimme? Tötet ihn So So, das ist schon mal recht Ja, das will ich haben Ja, das ist schon mal recht Ja, das ist schon mal recht Scheiße. Das Reader nennst die Nerven abartig. Geh drauf. Und wir nehmen das. Den hab ich fast nicht gesehen. Alter krank. Geh drauf. 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 Das war's. Oh, man. Okay, let's go. Verdammt, ich muss hier weg. Äh, hier. Und abgerissen. Siegt. Dankeschön. Und abgerissen. So. Das nehme ich mir auch raus. Danke. So, du bist auch dran. Und abgerissen. Und du bist auffällig. Tschüss. Was für eine Schlacht hier. Und abgerissen. Und abgerissen. Und abgerissen. Und abgerissen. Und abgerissen. Ich muss hier fahren. Den ersten hätten wir. Er darf sie nicht befreien. So, und weg. Ja, dann nimm ich mir das hier. Er ist so fessier. Okay. Sehr schön. Oh, erst mal. Molition. Ah, ne. Der ist schon mal weg. Ein bisschen Energie wieder. Wann ist bitte mal alle? Ich hab die Schnauze voll langsam. Dennoch. Oh, nö. Noch mehr, es reicht doch jetzt mal. Oh, nö. 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 Hier noch ein bisschen was mitnehmen. Hier noch. Wunderbar. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Und schon wieder so ein Fettsack. Nee, reicht nicht. Ah, und ich brauch die Energie. Thank you! Und sonst hätte Fat Crocs. Habe ich nicht mehr. Der ist schon mal down. Wunderbar. Was ist das? Danke! Alter! Holy holy moly. War nicht schlecht. Muss schon sogar fast selber mal zugeben. Und Nr. 2. Das ist aber auch das letzte Mal. Stell ich grad fest. Was ist das? Es ist Technically, das ist doch schade. Det gibt eszone wie neu. Wir suchen dich. Wir nehmen dich jetzt. Wir sind in einer Zeit. Wir suchen unsere Reise. Wir suchen die Verteidigung. Dermatis eine neue Reihe... Wir suchen die in der Zeit. Wir suchen das in der Zeit. Ich glaube, das hebe ich mir fürs Finale auf. Ist leicht.